Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Deep Diving Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, dass du dich dazu entschieden hast, in diese Folge reinzuhören. Denn wir werden in der heutigen Folge über eine wundervolle Medicine sprechen, die, ich denke mal, ja, gerade innerhalb so der letzten Wochen, Monaten bei vielen, vielen, vielen Menschen überhaupt erst in deren Feld gekommen ist. Ja, weil es davor einfach vielleicht für viele eine völlig unbekannte Medizin war, vor allen Dingen für Menschen, die sich noch überhaupt gar nicht mit solchen Substanzen, mit solchen Medizinen auseinandergesetzt haben. Es geht um die wundervolle Medizin, RAPE oder auch HP. Es ist eine wirklich, ich, der schon in verschiedensten Zeremonien oder wir haben schon so viel, so viele Menschen wirklich mit dieser Medizin, diese Medizin hat uns so krass unterstützen können in den Prozessen von vielen, 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 vielen verschiedenen Teilnehmern, die bei uns auf Zeremonien waren. Und ich merke für mich, dass ich immer mehr Dankbarkeit für diese Medicine einfach spüre, ja, weil sie so wertvoll ist, weil es wirklich eine, und da möchte ich heute in dieser Folge einfach mal drüber sprechen, wie eventuell auch du diese Medizin für dich nutzen kannst, wie du sie in deinen Alltag integrieren kannst. Weil ich weiß genau, wie es ist, wenn man irgendwo irgendwas hört und sieht und aber keine Ahnung hat, wie man diese Medizin für sich nutzen kann. Und deshalb möchte ich in dieser Folge einfach mal ein bisschen darauf eingehen, was RAPE ist, wofür es gut ist, wofür wir es nutzen können. Und auch da mein ganz klarer Appell an jeden Einzelnen von euch, egal welche Substanz, welche Medizin, ja, und auch da, es geht immer um die Intention dahinter, ja, letztendlich kann alles Medizin sein für uns. Ja, wenn ich hier draußen unterwegs bin und einen ganz tiefen, bewussten Atemzug einnehme, dann ist das Medizin in dem Moment, ja. So, das ist immer die Frage, auch Alkohol kann eine Medizin sein. Es geht immer um die Intention darum, wie wir es nutzen. Für die meisten Menschen würde ich sagen, ist Alkohol eher nicht eine Medizin, sondern eher ein betäubendes Rauschgiftmittel oder keine Ahnung, wie man es nennt. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ja. Was ich damit sagen möchte, wir können alles als Medizin nutzen, wenn die Substanz an sich uns, oder auch, was heißt Substanz? Musik, ja, Musik kann, gerade Live-Musik kann eine krasse Medizin sein, ja. Das ist, das ist, das ist einfach Medizin. Ja, wir waren letztens, war ich mit mir zusammen auf einem Sam Garrett-Konzert. Ah, wow, was für eine Energie. Er hat angefangen zu spielen, mir sind einfach Tränen geflossen, weil ich diese Energie so schön fand, so dieses einfach live zu musizieren, mit einer, mit Menschen dort zu sein, die alle ihr Herz geöffnet haben und einfach, boah, das war so eine schöne Energie. Das bedeutet, Medizin ist oder kann Musik sein, ja. Ich denke, es gibt auch sehr viel Musik, die definitiv keine Medizin für dich ist. Für mich wäre beispielsweise Schlager, wäre nicht Medizin, sondern es wäre für mich einfach eine Qual, ja. Es ist einfach überhaupt, das hat für mich, es ist natürlich Musik, ja klar. Und ich will auch niemanden, der gerne Schlager hört. Oder ich erinnere mich gerade an eine Teilnehmerin von uns, die selber auch Schlagersängerin ist, so, ey, ich respektiere das voll und ganz und feiere das, wenn Menschen einfach ihrem Herzen folgen und das tun, was sie lieben. Und wenn es Schlager ist, let's go. Aber für mich persönlich ist es halt nichts. So, das bedeutet auch da, jeder andere, und dann gibt es Menschen, für die ist Schlager Medizin, ja. Ja, das gibt es auch. Und was ich einfach nur damit sagen möchte, warum ich diesen Loop gerade aufmache, ist folgender, dass es extrem individuell ist. Ja, das bedeutet, jeder Mensch braucht, oder auch da wieder, wir brauchen gar nichts, denn natürlich brauchst du nichts. Wir brauchen einfach nur, also, jeder Mensch kann für sich unterschiedliche Medizinen nutzen. Und das kann sein, dass der eine zum Beispiel, für den ist es das wertvollste überhaupt, morgens erstmal eine Stunde Yoga zu machen. So, für den anderen oder für die andere ist es aber, boah, Yoga ist mir viel zu anstrengend, ich meditiere erstmal eine Runde. So, was ich damit sagen möchte, du bist individuell, ja. Du bist ein Individuum. Ja, das bedeutet, just listen to your heart. Also, hör ein oder schau einfach für dich. Ich meine, wenn du dieses Video jetzt oder den Podcast hier angeklickt hast, dann kann es sein, dass wahrscheinlich Rapé schon irgendwie dich interessiert oder das in deinem Feld ist und du denkst, yes, endlich gibt es mal hier Content zum Thema Rapé. Deshalb hör einfach auf dein Herz, ja. Jeder geht seinen eigenen Weg und seine eigene Geschwindigkeit. Und der eine, wir sind alle individuell, okay? Also, finde deine Medizin für dich, die sich für dich richtig anfühlt. Und wenn dein Herz dich ruft oder auch einfach mal Dinge auszuprobieren. Das kann ja genauso sein, dass du gerade spürst, boah, Rapé, hätte ich mal voll Lust, das Ganze auszuprobieren. Mich da mal reinzufühlen. Vielleicht ist das was für mich, vielleicht auch nicht. Und dann einfach diesen Impuls zu folgen und zu schauen, okay, ich will einfach diesen Weg gehen. Ich will diese Erfahrung machen. Und dann kann es natürlich immer noch sein oder genauso sein, dass du für dich erkennst, boah, Rapé ist gar nichts für mich. Voll ekelhaft. Will ich nicht, mein Körper streikt, ich blablabla. Kann ja sein. Kann sein. Auch da wird die Medizin mit dir arbeiten und du wirst vielleicht noch nicht bereit, es zu erkennen. Und so weiter und so fort. Und da vielleicht Dinge anzunehmen. Aber worauf ich hinaus möchte, folge einfach diesen Impulsen. So. Jetzt. Herrlich. Ganz kurzer Side-Fact noch, wo ich es auch gerade spüre. Ich habe heute, auch da wieder, ich habe den Impuls verspürt, mich mit einer Medizin zu verbinden. Und zwar Microdosing. Microdosing. Also ich habe heute 0,25 Gramm Psilocybin-haltige Pilze Intus. Und ich spüre gerade für mich, wie wundervoll das einfach ist. Ja, ich bin so total, auch die ganze Zeit schon, ich war mit Miri und Malia jetzt hier draußen spazieren. Und ich bin so in meiner Energy. Es ist so krass wie auch Microdosing. Ja, ich werde auch noch viel mehr zum Thema Microdosing. Letztendlich, wir können jede Medizin, können wir auch Microdosen. Microdosen. So, das bedeutet, ich möchte auch da noch sehr viel mehr drüber sprechen in Zukunft. Schreibt mir gerne, über welche Medizin ihr generell noch mehr erfahren wollt. Ja, es gibt so viele Medicines da draußen. So viele Medicines, die viele wahrscheinlich auch vielleicht noch nie von euch gehört haben. Oder auch ich noch nie von gehört habe. Es gibt so krasse Medicines da draußen, das ist echt crazy. Aber wir machen den Loop jetzt wieder zu und starten jetzt mal endlich rein nach, naja, acht Minuten Intro ist schon voll okay. Wir starten rein in Rapé. Also, Rapé ist ein schamanischer Schnupftabak. Ja, und auch da geht es jetzt wieder drum los. Hä, Tabak? Ja, Tabak. Und das Ding ist, dass Tabak, so wie es heutzutage gebraucht wird, genutzt wird, hat es auch nicht mehr so viel mit einer Medizin zu tun, sage ich mal. Ja, weil das ist nicht mehr der ursprüngliche, mit den ganzen, also ich habe keine Ahnung darüber, aber ich weiß, dass da viel Shit drin ist. Diese ganzen Zusatzstoffe und hier und da und die Filter. Und das hat nicht mehr viel mit der eigentlichen Medizin zu tun, nämlich der Mapacho-Pflanze. Mapacho ist die Tabakpflanze und auch Mapacho ist eine sehr heilige Medizin. Ja, und das ist was ganz anderes als, wie gesagt, das, was man heutzutage raucht. Ja, die Zigaretten, das hat nicht mehr viel mit Medicines. Also mir fällt jetzt, ja, auch da gibt es vielleicht Menschen, die, auch da letztendlich, klar, es gibt Menschen, die einfach nur Opfer in dem Sinne sind, weil sie gerade Konsumopfer sind, weil sie abhängig sind vom Rauchen. Und dann gibt es Menschen, die gelegentlich rauchen und das als Medizin für sich einnutzen, obwohl bei die meisten Gelegenheitsraucher auch keine Gelegenheitsraucher sind, sondern sich das nur einreden, dass sie Gelegenheitsraucher sind. Aber es gibt ein paar weniger Gelegenheitsraucher, die es wirklich dann zelebrieren, ja, zu einem Kaffee, schöne Zigarette dazu, die beste Kombi, oder zu einem Bier, eine Zigarette dazu. Ihr wisst, was ich meine. Also auch da wieder, es geht immer um das Satin Setting, es geht immer um die Intention dahinter. Also, Mapacho, der Tabak, ist eine sehr heilige Medizin. Und ganz kurz, um Mapacho noch ein bisschen was mitzugeben, es hat eine sehr klärende und reinigende Energie. Es klärt deinen Geist, ja, es ist total reinigend, ja, Mapacho. Yes, das erstmal dazu. Also, das bedeutet, Rape, haben wir Tabak drin, ja. Wir haben verschiedene, und das kommt so sehr darauf an, was ist das für ein Rape, aus welchem Tribe kommt das. Da sind so viele verschiedene Inhaltsstoffe drin. Also, es gibt verschiedensten, verschiedensten Sorten von Rape. Ich möchte dir einfach nur mal so ein Gefühl dafür geben, was alles in Rape drin sein kann, ja. Aber da gibt es noch viel mehr Zutaten. Also, das ist auch so, dass die Tribes teilweise gar nicht, da gibt es keine Inhaltsangabe, was da alles drin ist, sondern, genau, es hat verschiedene Noten, verschiedene Inhaltsstoffe, aber was da genau und wie viel drin ist, das wissen nur die Tribes selber. Aber, also, Mapacho ist also, ja, Tabak, ein Grundbestandteil, aber auch da, es gibt auch Rape ohne Tabak, ja, nur mit Pflanzen, verschiedenen Pflanzenstoffen. Das ist dann so ein sehr feminines Rape, das erkennt ihr daran, es ist halt nicht wie herkömmliche oder die normalen Rappes, dass sie halt so dieses leicht bräunliche, beige, sandfarbene Farben haben, sondern mehr so was Grünliches, ja. Also, es gibt auch Rape nur mit verschiedenen Pflanzenteilen. Und dann gibt es natürlich was, was mit drin sein kann, das ist zum einen, manche packen Kakao mit rein. Ja, ich habe auch schon Rape gesehen mit Minz, habe ich jetzt nicht so gefeilt, weil ich, das hat so ein bisschen dieses Menthol, brauche ich nicht so, aber es gibt mit Minz, es gibt mit, auch mit Aya, ja, also der Ayahuasca, äh, Liane oder Ayahuasca-Pflanze, ähm, wo auch, äh, das Kapi sozusagen mit ins Rape kommt. Ähm, es gibt super viele verschiedene Inhaltsstoffe, ja, Pflanzen oder auch die Asche der Pflanzen. Und dieser ganze Prozess sozusagen, Rape herzustellen, ja, das ist nicht so, wie Zigaretten hergestellt werden, einfach so eine Fabrik, Massen erfährt, alles automatisch, sondern das wird von den, von den Tribes, von den indigenen Völkern, ja, ähm, mitten im Dschungel wird das, diese, diese Herstellung an sich, das ist schon, das wird schon zelebriert. Das ist ein, ja, das ist letztendlich eine ganze Zeremonie, die da stattfindet. Das bedeutet, dass die, die Tribes auch dann bei diesem Herstellungsprozess in das Rape bestimmte Blessings mit reingehen, dass besungen wird, getanzt wird, ähm, also es werden auch sehr viel Energien fließen in diesem Herstellungsprozess einfach damit rein. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir zu spüren bekommen oder spüren können, diese Energie, die Rape einfach, ja, die wir durch Rape empfangen können. So, was genau, was genau Rape jetzt sozusagen bringt oder wie, wie es eingesetzt wird oder wofür du es nutzen kannst, ist folgendes. Rape bringt dich sofort in den präsenten Moment, ja, also für all diejenigen, die halt oft sich sehr viele Gedanken machen, sehr viel im Gedankenkarussell noch eine dritte Runde fahren und noch mal dabei sein, noch mal frei sein. Ja, für all diejenigen, die Schwierigkeiten haben, mal nicht zu denken. Und ja, wenn sich gerade Menschen angesprochen fühlen, es gibt den State, wo du nicht denkst. Ich weiß, dass es für viele Menschen unbegreiflich ist, weil sie es gar nicht vorstellen können, wie es ist, nicht zu denken. Dann solltest du auf jeden Fall mal Rape ausprobieren. Das heißt, du kommst einfach in diesen State, wo du deinen ganzen Körper spürst, wo du einfach nur, oh, du fühlst deinen Körper, du fühlst die Energie, die, auch ganz kurz, wie wird es, wie nutzt du diese Medizin? Wie gesagt, es ist ein Schnupftabak, das heißt, du kannst es entweder empfangen von jemandem, der dir Rape surft, mit einem Tepi, linkes Nasenhoch, rechtes Nasenhoch, also beide Seiten werden gemacht. Du bekommst das durch die Nase ampliziert, also es wird quasi, ja, einmal reingepustet, einmal reingeblasen, kannst es aber auch selber machen mit einem Kuripe, was beides völlig unterschiedliche Erfahrungen sind. Also es ist was ganz anderes, auch da einen Vergleich reinzubringen. Es ist etwas anderes, es sich selbst zu machen, ja, als einfach noch jemanden zweiten mit einzuladen und dann in die Co-Kreation zu gehen, ja. Sex zu haben, ist einfach was anderes, als es sich selbst zu machen. Und das ist beim Rape letztendlich genau das Gleiche. Du spürst einfach eine andere Energie mit da drin, das ist einfach, du darfst einfach nur annehmen, ja, du hast keinen Einfluss darauf, sozusagen, ja, ich finde diesen Vergleich so wundervoll. Ich habe den letztens, habe ich den schon gebracht und der trifft es meiner Meinung nach recht gut, auf den Punkt. So, das bedeutet, genau, jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, jetzt weißt du es, wie du es für dich nutzen kannst und ich möchte noch näher darauf eingehen, wann du es für dich nutzen kannst. Also zum einen, wenn du sehr viel im Kopf bist, sehr viel im Verstand bist und generell gar keine Verbundenheit mehr zu deinem Herzen hast, ja, dann ist Rape definitiv eine wundervolle Medizin, weil es, wie gesagt, du kommst sofort ins Spüren, du kommst sofort in den Moment und auch da kommst du natürlich auf die Dosierung an, auf die Intensität, wie du das Ganze, wie viel, wie doll und so weiter und so fort und auch das Set & Setting natürlich, ja. Set & Setting ist bei jeder Medizin so unglaublich ausschlaggebend, ja. Also das bedeutet, es spielen einfach super viele verschiedene Faktoren dort eine Rolle. Auch die verschiedenen Rape-Sorten. Es gibt Rape, was sehr intensiv ist und es gibt Rape, das ist so ganz leicht, ja. Es ist so sehr blumig und sehr angenehm, sehr feminin, aber es gibt auch Rape, was wirklich da ist, steckt Energie dahinter, ja. Also es kann alles eine ganz unterschiedliche Erfahrung sein. Was ich auch damit sagen möchte, wenn du vielleicht schon Erfahrung mit Rape hast, die vielleicht jetzt noch nicht so schön oder angenehm war, lass diese Erfahrung gehen und öffne dich für eine neue Erfahrung, weil die neue Erfahrung generell, auch bei Zeremonien, kann immer ganz, ganz, ganz anders sein, ja. Weil auch da die Medizin, in dem Fall Rape, gibt dir genau das, was du in dem Moment brauchst. Und das, was wir brauchen, ist nicht immer das, was wir wollen. Genau, also es bringt dich sofort in den Moment. Außerdem balanciert das deine Chakren aus. Es bringt dir ein Gleichgewicht, es bringt dich selbst, ja, ein Alignment. Also es bringt dich selbst in deine Mitte, es öffnet dein Herz. Oder es kann, ja, es kann alles passieren. Ja, es ist natürlich sehr unterschiedlich, was passiert. Genauso, was auch passieren kann, ist, dass dein Körper sich reinigt, ja. Es kann sein, dass du nach dem Rape, du musst dich übergeben. Und auch das ist dann keine schlechte Erfahrung, sondern es ist etwas Wundervolles, weil Rape letztendlich dich selbst, deinen Körper gereinigt hat. Dabei etwas in deinem System, was nicht mehr zu dir gehört, was gehen darf, ja, irgendwas emotional, irgendwas, was in deinem Körper steckt. Ja, auch so ein bisschen wie Ayahuasca, passiert ja auch oft bei Ayahuasca, dass man sich übergibt. Warum bei Ayahuasca? Ja, eine höhere Intelligenz, genauso auch Rape, deinen Körper reinigt und ganz gezielt die Dinge, die nicht mehr zu dir gehören, einfach, ja, es ist wie so ein Recycling, also einfach wie eine Reinigung. Du, auch da schauen wir uns die deutsche Sprache an, du übergibst etwas, ja, du übergibst etwas. Du hast hier etwas, was nicht mehr zu dir gehört, irgendein Crap aus der Vergangenheit und jetzt übergebe ich mich und habe diesen Teil weggegeben. Ich habe ihn übergeben, in dem Fall in einen Eimer oder wohin auch immer, in die Toilette, nein, in einem ist es schon schöner, genau, das heißt, das kann auch passieren. Es kann sein, dass du sehr stark deinen Körper einfach spürst, dass du sehr an deinem Körper ankommst, ja, deinen Körper zu spüren ist auch etwas Wunderschönes, was viele auch verlernt haben, weil sie nur noch von der Energie her im Verstand sind. Genau, jetzt will ich gerade, aber ich habe, glaube ich, so die wichtigsten Punkte habe ich eigentlich gerade schon angesprochen. Also, ich wiederhole nochmal, Herzöffnung kann extrem herzöffnend sein und auch da, es kommt immer wieder auf die Sorte sozusagen an, weil es gibt Rap-Sorten, die sind extrem herzöffnend und andere zum Beispiel sind sehr erdend, ja, es kann dich sehr erden, es kann dich sehr in den Moment bringen, es kann deinen Körper reinigen, es kann deine Chakren ausbalancieren, es kann dich reinigen von negativen Energien, es kann einfach dein System wieder mit einer neuen Energie durchfluten, weil du die Energie vom Tribe aufnimmst. Es kann sein, dass du dich auf einmal krass mit der Energy oder mit der Umwelt wieder verbunden fühlst und so weiter und so fort. Also, letztendlich verbindet es dich, ja, es ist etwas wieder eine Verbindung zu dir selbst, zu deinem Herzen. Und, ja, soviel mal ganz grob erstmal zum Thema Rap-E und warum ich das Ganze auch mit euch teile, ist, ja, auch das hat wieder eine Intention, dieser Podcast hat es aus einer bestimmten Intention heraus entstanden, denn zum einen, wirklich aus Dankbarkeit dieser wundervollen Medizin Rap-E gegenüber, haben wir uns dazu entschieden und weil ich auch immer merke, es kommen immer Nachfragen aus der Community, auch vor den Zeremonien, nach den Zeremonien dabei, währenddessen immer so und auch viele in den Storys, die nachfragen, was macht ihr da Rap-E und so weiter und so fort, haben wir uns dazu entschieden, ein Rap-Event zu kreieren und zwar in Hamburg und zwar am 24. November. Ja, und dieses Event ist natürlich für all diejenigen, die selber schon mal Teil unserer Zeremonien waren und noch mehr sich dem Thema einfach öffnen wollen. Und was ganz wichtig ist, es gibt diesen Spruch, gib einem Menschen einen Fisch und du kannst ihn einen Tag lang ernähren. Aber wenn du den Menschen beibringst zu angeln, dann kann er sich ein ganzes Leben lang ernähren. Und genau das ist auch die Intention dieses Events. Also es geht nicht darum, dass ihr einfach nur, nur in Anführungszeichen Teil einer wundervollen Rap-E-Zeremonien seid, wo ihr Rap-E empfangt, sondern die Intention dieses Events ist, ist es, euch beizubringen, wie ihr selber euch in eurem Alltag diese ganze Medizin für euch nutzen könnt, wie ihr das für euch integrieren könnt. Das bedeutet, ihr bekommt alle Tools mit an die Hand, ihr habt auch die Möglichkeit vor Ort, euch dementsprechend auszustatten mit einem Kur-E-P, mit Rap-E und so weiter und so fort, um euch dieses Tool mitzugeben, was ihr dann für euch nutzen könnt in eurem Alltag, in Situationen, wo ihr zum Beispiel, um euch ein Beispiel zu geben, wenn ihr jetzt gerade, vielleicht auch im Business oder generell, ihr steht gerade in eurem Leben an einem Punkt, wo ihr eine Entscheidung fällen dürft. Ihr dürft eine Entscheidung treffen. Und viele tun sich immer unheimlich schwer, weil, oh Gott, wenn ich mich jetzt entschieden habe, Entscheidung, dann gibt es kein Zurück mehr. Auch da ganz kurz, weil es gerade passt. Die deutsche Sprache ist ja ziemlich kompliziert, aber auch sehr deep und sehr genau. Ich möchte kurz das Wort Entscheidung erklären. Stellt euch einen Ritter vor, Ritterkampf. Zwei Ritter stehen sich gegenüber. Und der eine Ritter, er greift zu seinem Schwert und trifft eine Entscheidung. Entscheidung, ja, das Schwert wird aus der Scheide herausgezogen und das ist die Entscheidung. Und in dem Moment gibt es kein Zurück mehr. Du hast dich entschieden, du hast eine Entscheidung getroffen. Das ist der Grund übrigens, warum Menschen sich so schwer damit tun, Entscheidungen zu treffen, weil sie wissen, fuck, wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, es gibt kein Zurück mehr. Natürlich gibt es immer wieder, also, es geht ja immer weiter, das Leben, ja, dann gibt es eine nächste Entscheidung, kannst wieder eine andere Entscheidung treffen, ja. Von daher, nichts ist ja für die Ewigkeit. Wir haben uns dazu entschieden, das Land zu verlassen und uns aus Deutschland abzumelden, aber rein theoretisch können wir auch einfach, jetzt gerade bin ich in Deutschland, ja, oder hier, können wir uns einfach sagen, ey, nee, das Reisen, bock gar nicht mehr, wir melden uns wieder in Deutschland an. Ja, das heißt, nichts ist für die Ewigkeit. Wir können jedes Mal eine Neuentscheidung treffen, was wir in dem Fall niemals machen werden. Ich sage niemals nie, aus meinem heutigen Standpunkt wird das niemals kommen, aber ist egal. Es könnte, also die Möglichkeit besteht ja immer noch, ja. Es geht immer, man kann sich wieder hier anmelden, als Beispiel. Das bedeutet, wenn du gerade an diesem Punkt stehst in deinem Leben, wo du eine Entscheidung treffen darfst, dann zum Beispiel ist Rapé, boah, das ist dein Freund an deiner Seite, das ist der absolute Joker, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Schon wieder hier eine Spinne am Start, geil, die war doch eben schon da. Also, wir gehen jetzt rein in die Situation, ich darf eine Entscheidung treffen. Okay, ich weiß nicht, wie ich mich richtig entscheide. Das bedeutet, ich kreie mir jetzt einen wundervollen Set & Setting und so weiter und so fort. Und ich habe da eine kleine Rapé-Zeremonie. Und danach kann ich eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung, die ich danach treffen werde, ist eine Entscheidung aus dem Herzen heraus. Und das, kann ich euch sagen, sind so oder so die allerbesten Entscheidungen, die ihr treffen könnt. Und genau, das wäre ein Beispiel. So, das bedeutet, auf diesem Event, ihr werdet Rapé kennenlernen oder nochmal tiefer kennenlernen, wenn ihr es schon kennt. Wir werden, auch unabhängig von Rapé, wird es davor erstmal eine wundervolle, sehr tiefe, oder was heißt sehr tiefe, da auch jeder erfährt das, was er erfahren soll. Es wird auch eine Breathwork-Session geben. Das heißt, dieses Event wird quasi in zwei Main-Parts sozusagen aufgeteilt. eine Breathwork-Session und im Anschluss machen wir dann eine wundervolle Rapé-Zeremonie und geben euch wirklich alles mit an die Hand, dass ihr selber diese wundervolle, heilige Medizin aus dem Amazonas für euch nutzen könnt. Und im Übrigen, Rapé ist komplett legal, ja. Es ist eine wundervolle, legale Medizin, auch in diesem Land hier. Ja, ausnahmsweise, dass man irgendwas aus der Natur einfach mal erlaubt ist. Crazy. Yes, genau. Und dieses Event findet statt am 24. November. Und mit diesem Podcast lade ich dich von Herzen ein, Teil dieses Events zu werden. Es wird so unglaublich magisch, es wird so unglaublich wundervoll. Vor allen Dingen dann für all diejenigen Menschen, die uns vielleicht schon länger verfolgen, die schon immer mal dachten, boah, bei einer Zeremonie wäre ich gerne mal mit dabei, aber ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich irgendwie traue ich mir noch nicht und ah, das ist so viel Geld und so weiter und so fort. Und dieses Event ist quasi erstmal eine Einladung für dich, überhaupt mal mit uns näher in Berührung zu kommen. Also auch, wo der finanzielle Step nicht ein riesengroßer ist, so wie jetzt bei der normalen Zeremonie. Ihr habt die Möglichkeit, Teil dieses Events zu werden. Und wenn du diesen Podcast hörst und dir anguckst, alle schaust oder zuhörst, dann lade ich dich von Herzen ein, Teil von diesem wundervollen Event zu sein. Und der Preis, ja, der Energieausgleich, falls ihr die letzte Podcast vorher gehört habt, wird 222 Euro sein für dieses Event. Und ihr werdet dort einfach einen wundervollen Rahmen, ihr werdet dort eintauchen können in ein wundervolles Energiefeld sozusagen, einen energetischen Raum, den wir dort eröffnen, mit ganz, ganz, ganz vielen wundervollen Seelen. Es wird Live-Musik geben, wir werden eine Breathwork-Session haben, es wird eine Rap-Zeremonie geben. Das heißt, wenn du wirklich mal an diesem Punkt stehst, wo du dachst, boah, irgendwie Zeremonie, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, das wäre ein Step für mich, um erstmal dich vertrauter zu machen mit all dem, was wir auch tun, um uns auch genauer näher kennenzulernen und so weiter und so fort, dann lade ich dich von Herzen ein, Teil dieses Events zu sein. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Es gibt einen Early-Bird-Preis für dich, für euch, bis zum, ich habe es nicht genau im Kopf, das werdet ihr dann unterhalb des Videos oder im Podcast, in der Podcast-Beschreibung werdet ihr es sehen und hören, erkennen. Es gibt einen Early-Bird-Preis für, anstatt 222 Euro, zahlt ihr dann nur 147 Euro. Also das ist der Preis für all diejenigen, die bereit sind, eine schnelle Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung aus dem Herzen heraus. Und deshalb meine Einladung an dich in diesem Moment, wenn du gespürt hast, dass dieser Podcast was mit dir gemacht hat und du dachst, boah, das hört sich irgendwie gut an und mein Herz schreit die ganze Zeit, ja, aber ich weiß nicht, kann ich wirklich meinem Herzen trauen, ah, 222 Euro, boah, und jetzt hörst 147 Euro, dann ist das für dich. Ja, wenn du mal denkst, yes, dann geh jetzt mit dieser Energy auf den Link und buch dir dein Ticket mit dabei zu sein. Weil ansonsten kannst du es wieder vor dir herschieben und sagen, ja, weiß ich nicht, hört sich schon ganz geil an, boah, Hamburg ist ja eh viel zu weit weg. Ey, ganz ehrlich, dann bist du vielleicht auch noch nicht so weit, dann ist es vielleicht auch noch nicht für dich bestimmt, wenn das sozusagen, wenn all das, was dein Verstand jetzt daraus kreiert, ja, Ausreden sind und sagen, ja, irgendwie, ja, das Datum passt nicht, Hamburg ist viel zu weit weg. Leute, ganz ehrlich, also ich glaube, es gibt, ja, ich bin letztens von Hamburg nach Wien gefahren mit dem Zug, ja, da sitzt man zwölf Stunden einfach im Zug, ich bin sogar wieder zurückgefahren. Da ging es noch länger, ich glaube, 13 Stunden. So, ich weiß, das ist alles, man kann auch fliegen, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Möglichkeiten, aber wenn du dieses Calling in dir verspürst, wenn du merkst, der Podcast macht was mit dir, wenn du merkst, du möchtest mit dabei sein, dann lade ich dich von Herzen ein, dir dein Ticket zu buchen und diese Einladung für dich, warum machen wir den Early Bird Preis? Einfach nur um deine Entscheidung, ja, um dich in dieser Entscheidungsfindung zu unterstützen, mit dabei zu sein. 24. November, das ist ein Freitag, es wird wundervoll und für all diejenigen, die jetzt noch sich unklar sind, noch Fragen haben, schreib mir sehr gerne eine Direct Message auf Instagram oder wenn du meine WhatsApp-Nummer hast, melde dich auf WhatsApp, melde dich sehr gerne, wenn Fragen einfach noch da sind und generell auch, wenn Fragen für einen Podcast da sind, stellt mir super gerne Euro-Fragen für die nächsten Podcast-Folgen und ansonsten würde ich sagen, Leute, es gibt gar nicht mehr viel zu teilen, es war wieder mal eine wundervolle Podcast-Episode. Ich freue mich von Herzen darauf, euch alle kennenzulernen, für all diejenigen, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe. Kommt am 24.11. nach November, nach November, kommt am 24.11. nach November in Hamburg zu unserer wundervollen Breathwork-Session und anschließend Rapets-Rumnie und nicht nur eine Rapets-Rumnie, sondern wir geben dir alles mit, was du brauchst, dass du für dich diese wundervolle, magische, wertvolle Medizin für dich nutzen kannst, die dich so sehr und so tief in dein Herz bringen wird. Und ich kann dir eins sagen, es gibt nichts Wertvolleres in deinem Leben, einfach mit deinem Herzen verbunden zu sein, Entscheidungen aus dem Herzen heraus zu treffen. Das kann allein das, alleine nur das. Wenn diese Medizin dafür sorgt, dich mehr in dein Herz zu bringen, dann kann das für dich alles, alles, alles in deinem Leben verändern. Weil auf einmal fängst du an, Entscheidungen aus dem Herzen heraus zu treffen. Und ich sage euch eins, Leute, stellt euch mal vor, wenn jeder Mensch, schließt kurz deine Augen und stellt dir einfach mal vor, wie würde diese Welt aussehen, wenn wir alle Menschen, alle Menschen auf der ganzen Welt, Entscheidungen nur noch aus dem Herzen heraus treffen würden. Ich stelle dir eine Frage, würde es Kriege geben? Vermutlich nicht. Würde es Massentierhaltung geben? Vermutlich nicht. Würde es diese ganzen Umweltverschmutzungen geben? Ja, diese ganzen Ozeanen, die verdreckt sind mit Müll und Müll und noch mehr Müll? Würde es all dieses ganze Leid, würde es den Hunger auf der Welt, würde es all das geben, wenn jeder einzelne Mensch jede Entscheidung aus dem Herzen heraus trifft? Ich stelle dir die Frage, würde es all das noch geben? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe, also, ja, was soll ich sagen? Mama Aya hat mir das Leben damals so erklärt, wie das Leben aussehen könnte, wenn jeder Mensch einfach Entscheidungen aus dem Herzen heraus treffen würde. Und mit diesen Worten sage ich vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Danke. Das ist so wertvoll. Das ist so wertvoll, dass du deine Zeit mir schenkst und mir einfach jetzt wieder eine halbe Stunde hier zugehört hast. Danke, 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 danke. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, nur das Beste und lass es dir gut gehen. Ich freue mich, wenn du am 24.11. mit auf unserem Event dabei bist. Much love, thank you so much and goodbye.